New York New York ist eine große Stadt in den USA. Sie hat 8,6 Millionen Einwohner und liegt an der Ostküste der USA. Die Gründung fand 1624 statt. Guck mal, ist das nicht das Empire State Building? Weißt du, wie hoch das ist? Ja, natürlich weiß ich das. Das Gebäude ist 381 Meter hoch. Ist das nicht die Freiheitsstatue? Weißt du, wie sie nach New York gekommen ist? Ähm, ich glaube, die Freiheitsstatue wurde 1886 eingeweiht und es war ein Geschenk von den Franzosen. Komm, wir gehen über die Brooklyn Bridge. Ja klar, wenn du willst. Oh, das ist noch ganz schön weit. Weißt du, wie lang die Brücke ist? Fast zwei Kilometer lang. Filme und Serien, die in New York gedreht wurden. Gossip Girl Friends Kevin allein in New York Grey's Anatomy Jessie The Nanny Und viele andere coole Filme und Serien. Bis zum nächsten Mal.